Einen wunderschönen guten Tag meine Damen und Herren und herzlich willkommen zurück zum GetBetterCast. Ich hoffe, du bist wundervoll in diesen Donnerstag gestartet oder wann immer du das auch anhörst. Und dieses Intro habe ich heute zum 200. Mal aufgenommen. 200 Folgen GetBetterCast. Eura, crazy. Und ich habe mir überlegt, was soll ich machen. Ich habe ein bisschen Input bekommen von euch. Und ihr habt mir dazu entschieden, für alle, die das noch nicht wissen, die meisten von euch, die mich schon länger verfolgen, die vielleicht den GetBetterCast sogar seit Folge 1 verfolgen, was absolut geisteskrank ist und ich extrem dankbar für bin, also an dieser Stelle auch einfach mal danke, 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 dass wir es bis hierher geschafft haben und so eine geile Community aufgebaut haben in dieser Zeit. Mit über 1000 Podcast-Follower mit, ich weiß nicht wie vielen Streams, aber es müssten mittlerweile, glaube ich, über 100k sein. Das ist crazy geil. Crazy geil. Und ich hätte niemals gedacht, dass dieser Podcast, und ich meine, ich bin ein kleiner Fisch, ein sehr kleiner Fisch, ich hätte niemals gedacht, dass dieser Podcast solche Züge annimmt. Und dafür bin ich immens dankbar. Und ihr habt mir gedacht, ihr nutzt diese Folge 200, wo ich dann Folge 208 dafür nutze, ein Review über vier Jahre GetBetterCast zu machen. Ich nutze diese Folge, um einfach meine Fitness Journey mit euch zu teilen. Ja, und die fangen da jetzt nicht an, wo ich geboren bin, 1995, irgendwo in der Schweiz, weil das interessiert keinen Menschen. Vielleicht interessiert auch das keinen Menschen, aber ihr hört es mir ja trotzdem zu. dementsprechend super geil. Na, Spaß beiseite. Aber ihr habt mir gedacht, ihr redet einfach ein bisschen über meine Journey, meine Jahre, die ich doch jetzt in dem Sport schon verweile, ja, oder wo ich die ersten Kontaktpunkte mit Fitness hatte. Und geht da einfach ein paar Eckdaten und ein paar Meilensteine durch, ja. Weil für alle die, die mich nicht so gut kennen oder mich noch nicht so lange verfolgen, ja, wenn du vielleicht auch dazu gehörst, Ich war mal sehr übergewichtig, ich hatte Alkoholexzesse und ich habe alles andere als gesund gelebt früher. Und die Person, die ich heute bin, ist ein Resultat aus schon über einem Jahrzehnt an Arbeit. Und genau darüber möchte ich heute ein bisschen sprechen. Und wir fangen einfach mal 2010 an. 2010 waren nämlich meine ersten Kontaktpunkte mit einem Fitnessstudio. Beziehungsweise generell mit dem Auseinandersetzen von, okay, ich möchte oder sollte was an meinem Körper ändern. Weil 2010 war für mich ein prägendes Jahr, wenn ich das so retrospektiv anschaue. Weil 2010 war bei mir so ein Turning Point, wo ich Peak-Unzufriedenheit meines Lebens erreicht habe. Ich kann mich erinnern, wie vor dem Spiegel stand, mit 115 Kilo oder ich glaube es waren sogar 117 im Peak. Ohne Training, versteht sich. Auf 1,79 bin ich, glaube ich. Ich bin vor dem Spiegel gestanden und ihr habt das sehr oft vermieden, ja, weil ihr mich nicht anschauen wollte. Weil, wenn man übergewichtig ist, wenn man nicht zufrieden mit sich ist, dann fängt man an, gewisse Mechanismen zu entwickeln, um das zu verdrängen. Damit man der Wahrheit nicht ins Gesicht blicken muss. Man fängt sich an, Dinge schönzureden und man fängt an, Dinge nicht zu sehen. Man fängt sich an, in Oversize-Klamotten zu verstecken etc. etc. Das mache ich heute noch, aber das hat damit zu tun, dass ich einfach auf Oversize-Stuff stehe. Aber ich muss auch dazu sagen, mein Übergewicht hat Spuren hinterlassen. Dazu vielleicht nachher nochmal kurz mehr. Auf jeden Fall kann ich mich erinnern, dass ich da schon in den Spiegel geschaut habe und meinen Bauch weit über meine Hose hängen sehen zu. Und dann habe ich erstmal angefangen zu heulen. Weil ich nicht wahrhaben wollte, wie das passieren konnte. Wie ich mich so abgehen lassen konnte. Und das war Produkt oder Resultat von verschiedensten schlechten Entscheidungen, die ich damals getroffen habe. Von meinem Umfeld, von meinem Lebensstil. Aber ich war für alles selbst verantwortlich. Aber da war für mich ein Moment erreicht, wo ich gesagt habe, okay Sandro, das kann so nicht weitergehen. Und der Pain-Point war so groß, dass ich wirklich gesagt habe, ich bin ready für Veränderung. Und ich habe da meine erste komische Diät gemacht. Dazu habe ich letztens auch einen Instagram-Post gemacht, wo ich so ein bisschen meine Journey dokumentiere. Also wenn ihr den noch nicht gesehen habt, gerne abchecken. Irgendeine komische Suppen-Diät, wo ich in der Woche ein Kilo verloren habe. Es war irgendwas, aber es war ein Starting-Point. Und auf diesem Starting-Point habe ich dann aufgebaut. 2010 hat mich mein Vater auch das erste Mal in der Fitnessstudio mitgenommen. Ich muss aber sagen, dass diese Suppen-Diät, Kind of Geschichte, eher ohne Fitnessstudio stattgefunden hat. Es war einfach nur Ernährungsumstellung. Aber ihr habt nach dieser Diät langsam angefangen zu verstehen, okay, ich kann was ändern. Das war für mich so der Beweis, okay, du bist nicht so wie du bist, sondern du kannst was ändern. In einem kleinen Maße so. Natürlich habe ich das noch nicht to a degree verstanden, wie ich es heutzutage verstehe. Und dann habe ich so im Zeitraum von 2011 bis 2013 immer mehr Freude daran gefunden, in eine Fitnessstudio zu gehen. Ein bisschen mehr auf meine Ernährung zu achten. Habe angefangen, Dinge vorzukochen. Habe angefangen, mich mit der Ernährung auseinanderzusetzen. Habe angefangen, im Internet irgendwelche Foren durchzugehen. Bodybuilding.com war da hoch im Game. Flex-Magazine, all this kind of stuff war da schon so präsent, wo ich einfach geschaut habe, okay, was kann man machen. Und habe dann wirklich auch mit einer leichten Ernährungsumstellung, etwas darauf achten, was ich esse und regelmäßig im Sport, mit absolut horrific Trainingsplan so, habe ich 2011 bis 2013, meine ich, meine ersten Kind of 20 Kilo verloren. Und das erste Mal regelmäßig trainiert. Ich kann mich erinnern, ich war Ende 2012 in einem Sprachaufenthalt in England, von der Schule aus. Warte, jetzt muss ich überlegen. Doch, das stimmt nicht. Das stimmt nicht ganz. Ich glaube 2011 war nochmal so ein Peak, wo ich immer noch sehr, sehr stark übergewichtig war. Das war so ein bisschen im Kreis drehen. Ich war wieder ein bisschen leichter, wieder ein bisschen schwerer, wieder ein bisschen leichter. Das ist so das Typische, der Anfang, wo du nichts so wirklich durchziehst. Und dann irgendwann 2012 oder 2011 kam dieser Turning Point, wo wir hatten zwei Sprachaufenthalte, einmal in Frankreich und ein Jahr darauf, glaube ich, in England. Und in diesem Sprachaufenthalt in Frankreich, shout out an dich, Neil, falls du das hörst, hat eine Person mir aufgezeigt, fuck, ich muss wieder was ändern. Weil ich habe es wieder in diesen State kommen lassen, wo irgendwas nicht gepasst hat. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt gibst du vorwärts. Jetzt gibst du Gas, jetzt machst du vorwärts. Und dann habe ich regelmäßig trainiert und habe wirklich gut was an Gewicht verloren. Ich meine, es wären so um die kind of 20 Kilo gewesen, insgesamt dann. Also ich war dann irgendwo bei 90 oder so, 90, 95. Habe mich da natürlich auch nicht so regelmäßig gewogen etc. Und ich kann mich da auch nicht an jedes Detail erinnern. Ich kann mich nur erinnern, dass ich dann in England in diesem Sprachaufenthalt auf jeden Fall ganz gut in Shape war und da auf jeden Fall gut was verloren habe und da schon ein paar Muskeln aufgebaut habe, was sehr, sehr geil war. Aber nach diesem Sprachaufenthalt habe ich irgendwie so ein bisschen den Anschluss verloren und habe dann wieder so ein bisschen unregelmäßig angefangen zu trainieren. Zu dieser Zeit habe ich auch angefangen aber, mehr in die Techno, in die DJ-Szene zu finden. Also ich habe lange auch aufgelegt, ich war sehr, sehr aktiv in der Techno-Szene. Ich habe irgendwann nur noch fürs Nachtleben gelebt. Und dementsprechend habe ich da tatsächlich auch weiterhin Gewicht verloren und so ein On-Off-Training kind of Geschichte gemacht. Das Gewicht habe ich aber verloren, nicht weil ich auf meine Ernährung geschaut habe, sondern weil ich mehr Alkohol konsumiert habe als irgendwas anderes und gefühlt einmal am Tag gegessen habe. Und auch irgendwo andere Substanzen im Spül waren etc. Das war so mein 2011 bis 2000... Na, das stimmt gar nicht. Das war so circa mein 2013 bis 2015. 2013 habe ich meine Ausbildung abgeschlossen, habe dann noch ein halbes Jahr gearbeitet, war dann arbeitslos und habe von Arbeitslosengeld gelebt für eineinhalb Jahre. Also absolutes Gegenteil von dem, was ich jetzt bin. Ich hatte keinen Bock zu arbeiten, ich hatte einfach nur Bock zu chillen, zu feiern und irgendwas in mich rein zu fetzen, was irgendwelche Substanzen angeht. So, das war so mein Leben für diese eineinhalb Jahre. Und dann, Anfang 2015, wurde das Arbeitslosengeld langsam knapp beziehungsweise hätte ich nicht mehr lange bekommen. Und dann habe ich gewusst, okay, jetzt musst du was machen. Du musst einen Job finden. Dann habe ich tatsächlich einen Job gefunden in einem Callcenter. Da habe ich, glaube ich, mit 25 Stunden oder so die Woche angefangen. Und das war einfach ein Callcenter-Job. Mittlerweile bin ich sehr dankbar, dass ich einen Job gemacht habe, weil da habe ich auch angefangen, wieder regelmäßig trainieren zu gehen. Also ich habe diesen Job-Anfang, diesen Job-Neuanfang, auch als Neuanfang für meine Physik gesehen und gesagt, okay, jetzt gehst du wieder regelmäßig trainieren. Und habe das dann auch gemacht. Und habe tatsächlich mich auch dazu entschieden, dann a bit more serious über das Ganze zu werden. Und kann mich erinnern, dass ich dann so wahrscheinlich so gegen Ende 2015 tatsächlich so in ein State kam, wo ich eigentlich eine Frau beeindrucken wollte, die ich unbedingt haben wollte, die ich nie gekriegt habe, übrigens. Aber das war so der ausschlaggebende Faktor, wo ich gesagt habe, okay, du musst jetzt wirklich Gas geben. Und I got more serious. I got more serious. Und der Job nahm auch weiter Fahrt auf. Ich konnte mich da sogar befördern lassen und habe dann eine höhere Anstellung bekommen, etc. Also mein Leben ging wieder in eine richtige Richtung und Feiern wurde immer weniger. Es war immer noch da, aber es wurde weniger. Und Bodybuilding nahm immer einen größeren Teil ein. Fitness nahm immer einen größeren Teil ein. Ich habe dann auch Leute kennengelernt, die das auch gefeiert haben. Habe angefangen, Team Andro etc. zu entdecken und mich da reinzufuchsen, mich weiterzubilden dahingehend auch. Natürlich nicht in dem Rahmen, wie ich es heutzutage tue, aber ihr wisst, was ich meine. Und habe dann auch die ersten zwei so semi-geilen Diäten gemacht. Einmal eine Keto-Diät und dann noch irgendwas sonst. Und meine erste ziemlich solide Diät. Die habe ich tatsächlich damals, und das war so auch mein erster Kind of Coaching-Touchpoint, über Team Andro gemacht, wo alle vier Wochen irgendein Coach da im Forum über die Form geschaut hat und gesagt hat, ja, passt was an oder nicht. Also das war mein erstes Mal so relativ durchdacht Diäten. Und hatte auch alles irgendwo ein bisschen Handlung gehabt und war jetzt nicht einfach irgendwas. Und da bin ich das erste Mal auch wirklich in Shape gekommen und habe tatsächlich mein Lowest in bis heute erreicht. Und zwar waren das 68,5 Kilo. Ihr müsst euch denken, von 117 auf 68,5 sind fast 40 Kilo weniger. Und das war für mich so der Touchpoint, wo ich auch das erste Mal Bauchmuskeln gesehen habe und einfach gedacht habe, okay Sandro, fuck, du kannst was aus dir machen. Du kannst was aus dir machen. Wenn du dafür arbeitest, dann kannst du fucking lean werden. Und das war für mich so unvorstellbar, weil das so weit weg war immer in meinem Leben. Ich war immer eher der Pummelige und irgendwann einfach der stark Übergewichtige. Und das hat was mit mir gemacht. Ich habe dann tatsächlich, das wissen die wenigsten, habe ich ja Shooting gemacht. Ich habe tatsächlich Fotoshooting gemacht, wo ich auch so eine kleine Peak Week dafür gemacht habe, obwohl ich eigentlich noch zu fett war, um irgendwas zu machen mit Laden und so weiter. Aber wurscht. Die Shape war eh voll okay für diese Diät. Die Shape war eh voll okay. Das war auch so meine erste, also während dieser Diät war ich auch das erste Mal so, beziehungsweise kurz davor war ich das erste Mal so, hm, irgendwie, ich hätte schon Bock auf eine Bühne zu gehen. Und während ich diese Diät durchgemacht habe und am Ende dieser Diät habe ich gesagt, okay, das war jetzt so meine Probe-Prep, ja, und die Will-Prep. Und dann habe ich tatsächlich, ja, diese Team-Andro-Diät abgeschlossen, bin dann sozusagen in der Reverse, relativ selbstständig, bis November 2017 meine ich, ja, oder Oktober. Und habe dann in meinem Gym gefragt, damals, okay, kennst du irgendwen, der Leute vorbereitet für die Bühne? Und dann hat mein Gym-Besitzer da gesagt, ja, ich kenne da einen, ja, und dieser ich kenne da einen war retrospektiv absolut beschissen, ja, darf man so sagen, darf ich wirklich so sagen, ja. Also katastrophales Coaching, ja, Copy-Paste-Planer, irgendwelche Bullshit, ja, also dreimal fünf Leg-Extension, na, fünfmal drei Leg-Extension, 20 Sätze Squats in einer Einheit, ja, 500 Gramm Protein gegessen im Aufbau, solche Geschichten, ja. Ja, also da gibt es ja Episode schon, wie du nicht preppen solltest, das ist, glaube ich, Episode 15 vom Podcast, das ist ewig alt, ja. Die könnt ihr euch gerne mal anhören, wenn ihr ein bisschen lachen wollt. Die ist tatsächlich mit Mario Müller, ja. Also absolute Vollkatastrophe, aber zu diesem Zeitpunkt war ich so, okay, dieser Typ war Schweizer Meister und der hat schon mal wen vorbereitet, der wird schon wissen, was er macht. Und ich habe da mein ganzes Wissen ausgeschaltet, ja. Bei Fearum habe ich gedacht, das macht eigentlich keinen Sinn, aber der wird schon wissen, was er tut. Wettkampf-Bodybuilding mag anders sein, so. Und das war dann auch mein erstes Coaching, ja. Und wir haben dann entschieden im Oktober 2017, okay, wir gehen jetzt in den Aufbau und dann im Mai haben wir dann die Prep gestartet für Oktober 2018, wo ich dann das erste Mal tatsächlich bei der SMBF auf einer Bühne stand und für die Verhältnisse, für acht Wochen lang dann auch nur Fisch essen und sonst nichts, also wirklich nichts, kein Gemüse, gar nichts, einfach Fisch, so. Das war zwar nicht acht Wochen, das waren, glaube ich, die letzten vier oder so. Aber absolute Vollkatastrophe. Also wenn man diese Ernährungspläne und Trainingspläne anschaut, ja, du gehst schreiend im Kreis, so. Also wirklich, absolut bodenlos, ja. Aber, nichtsdestotrotz bin ich dankbar, dass ich das Ganze erlebt habe, weil, ganz ehrlich, wenn ich das durchgezogen habe, welche Prep will mich noch einschüchtern, so. Keine, ja. Ich habe so viel Scheiße gemacht. Ja, fucking zwei Wochen lang, vier Wochen lang, nur Fisch ohne irgendwas, ohne Gewürze gegessen. Ich durfte nicht mal salzen, so. Und ich habe pro Tag 50 Teebeutel gesoffen, so. Absolut bodenlos. Aber es hat was mit mir gemacht. Es hat mich resilienter gemacht. Und dafür bin ich sehr dankbar, ja. Aber auf jeden Fall war das der absolute Müll. Und dafür war die Form ganz okay, ja. Das erste Mal, vor allem für die Umstände. Natürlich zu wenig Muskulatur, ja. Und auch nicht lean genug, vor allem nicht für die heutigen Verhältnisse. Aber es war okay. Und das war für mich auch so, weil ich dann auch Backstage gesehen habe, dass andere trinken. Ich hatte einen Trinkstopp von irgendwie über 24 Stunden, keine Ahnung, was für Zeug ist das Scheißdreck. Und habe da Backstage Leute beobachtet und habe gedacht, die machen was anderes und schauen noch besser aus als ich. Irgendwas ist da im Busch. Und das war für mich auch dann der Antrieb zu sagen, okay, das geht anders. Lustigerweise hatte ich nach dieser Prep niemals, egal wie scheiße die war, das Gefühl, dass Bodybuilding nichts für mich ist. Ich habe trotzdem gesagt, ich habe mega Bock auf das. Und das war für mich auch so der Schlüsselmoment, wo ich auch heute noch dran denke, dass Bodybuilding einfach meins ist. Egal wie scheißharter Phase ist, ich liebe diesen Sport über alles. Ich liebe Bodybuilding von A bis Z. Ich liebe es, an mir zu arbeiten. Und ich liebe es, in dieses Training zu gehen, um den fucking Arsch aufzureißen. Und alles, was dazugehört. Und deswegen war dann für mich auch so klar, okay, wie kann ich das das nächste Mal besser machen? Und ich wollte eigentlich 2020 dann schon wieder auf die Bühne. Und ich habe dann langsam angefangen, die Natural Bodybuilding Szene ein bisschen mehr zu entdecken auf Instagram. Und habe herausgefunden, ah, da gibt es sowas, das nennt sich Online-Coaching. So, war für mich ja noch komplett weit weg. Das Coaching, das ich hatte, war kein Online-Coaching. Das war irgendwas. Das war Formcheck alle drei Wochen. Das ist eine Katastrophe. Und habe dann tatsächlich, ja, auch angefangen, Leute wie AJ zu verfolgen. Die ersten Leute, die ich verfolgt habe, waren Jan Frisse, Valentin Dombosi, AJ Morris, ja, und sonst noch ein paar UK-Leute, Jack Forburn, Christian Chapman, Joe Jeffrey, solche Leute, die ich heute immer noch verfolge und mittlerweile mit einigen auch gut befreundet bin, was mega, mega, mega nice ist. Auf jeden Fall habe ich dann 2019 auch mein Coaching bei AJ angefangen und ziemlich zeitgleich auch das erste Mal ein Touchpoint gehabt, wo ich selbst jemanden betreut habe. Das war eine lustige Geschichte, weil die Person im Gym auf mich zukam beziehungsweise der Trainerin auf mich zukam und gesagt hat, hey, mir hat da ein Kunde was gefragt und ich habe gesagt, du kannst ihm wahrscheinlich weiterhelfen. Und dann habe ich mich mit ihm zusammen geredet und das blieb tatsächlich der Kunde über, ich meine, drei Jahre, wenn es mir recht ist. Und da hat eigentlich mein ganzes Coaching-Business angefangen. Aber dazu vielleicht ein anderes Mal mehr. Auf jeden Fall habe ich dann einfach gemerkt, okay, Online-Coaching is a thing. Ich mag Online-Coaching. Ich merke gerade, okay, ich habe sehr vieles falsch gemacht. Ich habe intensives Training erlernt. Ich habe UK-Style-Training erlernt. Ich habe gemerkt, worauf es wirklich ankommt. Ich habe angefangen, mit Makros zu arbeiten, statt Mealplan, etc., etc. und für mich haben sich da ganz neue Türen geöffnet. Und 2020 ging das dann entsprechend weiter. Ich habe sozusagen auch mein Online-Coaching officially gelauncht. Bin offiziell erst seit 2021 selbstständig, weil ich erst dann nach Wien gezogen bin und Selbstständigkeit in der Schweiz musst du nicht anmelden vor, keine Ahnung, 100k Umsatz oder so. Das war obviously nicht der Fall. Und habe dann tatsächlich auch meinen ersten kleinen Kundenstamm aufgebaut, wo ich glaube ich über 2020 um die 8, 9 Leute hatte. Und dann auch, als ich 3-mal in Wien war, einfach gesagt, hey, weißt du was, ich kündige meinen Job. Das war nicht mehr in dem Callcenter, sondern bei einer Versicherung, wo ich dann auch schon 4 Jahre, 3 Jahre gearbeitet habe. 2017 habe ich da glaube ich angefangen. Habe gesagt, weißt du was, ihr habt nichts zu verlieren. Mich hält nichts in der Schweiz. Let's just try. Und habe mich dazu entschieden, nach Wien zu ziehen. Und das war dann eine eigentlich heiß über Kopf Entscheidung, wo ich innerhalb von einem halben Jahr alles organisiert habe, dass ich einfach in ein anderes Land auswandern kann. Ja, wir kommen ja ursprünglich aus der Schweiz, obviously. Und in diesem Jahr waren ja auch alle Lockdowns. So, ich habe dann auch noch eine Fitnesstrainer-Ausbildung gemacht. Die hat gerade noch knapp gereicht, bevor der erste Lockdown kam. Im ersten Lockdown habe ich irgendwie zu Hause trainiert. Dann hat ein Kumpel von mir ein kleines Homegym gehabt, da war ich da trainieren. Aber was ich ganz, 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 ganz geil fand, ist, ich habe niemals, niemals, nicht einen Moment, nicht eine Woche aufgehört zu trainieren. Gar nichts. Ich habe mit Scheißbändern im Wohnzimmer trainiert. Ich habe mir an einem fucking Tisch hochgezogen, damit ich irgendeine Ruderviante mache. Ich habe Pistolsquots im Garten gemacht. Ich habe alle Scheiße gemacht. Und wenn ich etwas kann, wenn ich einen Skill habe, dann ist es nicht aufzuhören. Das ist mein Hauptskill, den ich über die Jahre immer mehr gefestigt habe. Ich höre nicht auf. Ich höre einfach nicht auf. Egal, welche Scheiße sich mir in den Weg stellt, ich höre nicht auf. Und es ist so lustig, das retrospektiv anzuschauen. Weil in dem Moment ist dir das gar nicht so bewusst, weil es relativ selbstverständlich ist, weil du nach einer Lösung suchst. Aber retrospektiv denkst du dir so, Alter, ich habe einfach immer durchgezogen. Ich kann mich an keinen Moment erinnern, wo ich irgendwie gesagt habe, ich trainiere jetzt mal vier Wochen nicht, weil Lockdown ist oder so. Gab es nicht. Und das ist schon sehr, sehr cool. 2020 habe ich dann tatsächlich auch meinen Podcast gelauncht. Dazu werde ich aber mehr erzählen in der 208. Folge. Erst mit Partner, dann alleine, aber dazu wie gesagt dann mehr. Und war dann wie gesagt 2021 an dem Punkt, wo ich nach Wien gezogen bin. Mitten im Lockdown. Ich habe gedacht, die Gyms machen im Jänner auf. Sie haben dann Mitte Mai aufgemacht. Es war einer der heaviest times of my life, was Coaching, Bodybuilding, aber auch Leben betrifft. Ich habe viel Scheiße durch davor, gerade in der Feierzeit etc., wenn ich das Retrospektiv anschaue. Crazy Shit, also wirklich crazy shit. Also wirklich manchmal wahrscheinlich näher am Tod gewesen, als ich eigentlich gedacht hätte in dem Kontext. Aber whatever so. Aber das waren wirklich dunkle Zeiten. Also ich kann mich erinnern, ich bin weinend in der Dusche gestanden und habe gedacht, Alter, was mache ich hier? Warum bin ich nach Wien gekommen? Ich kriege keine Kunden. Kunden gehen eher. Es ist Lockdown. Kein Fitnessstudio hat offen. Ich bin den ganzen Tag in den selben fucking vier Wänden. Was mache ich hier gerade mit meinem Leben? Und nichtsdestotrotz gab es keinen Moment, wo ich nicht irgendeine Lösung gefunden habe, wo ich nicht irgendeinen neuen, innovativen Content versucht habe zu machen, wo ich irgendwie versucht habe, Kunden zu generieren, wo ich irgendwie versucht habe, einfach da zu sein, Leute zu inspirieren. Wir haben einen fucking Kabelzug in unser Wohnzimmer gebaut. Wir haben einen fucking Reverse Band Setup in unser Wohnzimmer gebaut, dass wir Reverse Banded Squats machen konnten mit dem Lotus, den wir uns vom Gym ausgeliehen haben. Auf irgendeiner räudigen, keine Ahnung was, Rack, das fast zusammengefallen ist, wo ich jedes Mal Angst um den Parkett hatte, wenn ich da Hinges gemacht habe, wo ich irgendwelche Gewichte noch rangehangen habe, weil die Scheiben nicht gereicht haben und irgendwie mit Daisy Chains fixiert habe, das war Wahnsinn. Ja, also da gibt es Videos, das kann es keinem erzählen. Aber es war geil. Es war geil. Retrospektiv war es geil. Man wurde so fucking innovativ in dieser Zeit. Man hat so viel neue Ideen schöpfen müssen, weil man Lösungen gesucht hat und Lösungen gefunden hat. Man hat fucking Leg Extension gebaut. So, komplett irre. Aber es war geil. Und es hat sich alles ausgezahlt. Egal, ob das auf Bodybuilding-Perspektive ist oder ob das auf Coaching-Perspektive, Coaching-Ebene ist. Im Mai hat alles angefangen langsam zu laufen. Ich konnte endlich im Gym aller Gyms trainieren. Ich habe mehr Kunden generiert und so hat sich dann mein Business auch weiter etabliert und natürlich auch mein Progress als Athlet. Und 2022 wurde dann die Entscheidung gefällt, wo ich ja eigentlich 2020 starten wollte, was obviously nicht der Fall war, weil es mir definitiv die Muskulatur gefehlt hatte. 2022 ging es dann in die nächste Prep und ich habe dann meine nächste Season im Herbst 2022 mehr oder minder erfolgreich abgeschlossen, erfolgreich nicht in Terms of Platzierungen, wo ich auch das eine oder andere Mal sehr enttäuscht war von mir selbst, wobei ich einfach falsche Erwartungen an mich hatte. Aber ich habe auf jeden Fall meine Form von 2018 um Längen geschlagen, habe ein gutes Lienheitslevel erreicht und habe mich dann entschieden, okay, ich starte wieder und wusste noch nicht genau wann und mittlerweile steht es fest, wie ihr alle wisst, ich werde jetzt für Frühjahr, oder ich prep jetzt für Frühjahr 2025 und will da nochmal einen ganz, ganz anderen Sandro hinstellen. Und in der Zeit dazwischen ist eigentlich Off-Season plus Abad-Diäten oder zwei Däten, glaube ich, na, eine Däte angestanden und ich habe Get Better gelauncht. Davor war es ja SK Online-Coaching, ab 2023 war es dann Get Better und habe auch zwei Co-Coaches dazu geholt und versuche immer mehr, alles zu optimieren und besser zu werden als Athlet und als Coach. Aber das muss ich euch nicht erzählen, ich glaube, das wisst ihr alle, wenn ihr mich jetzt schon länger verfolgt. Aber das Athleten-Dasein oder der Athleten-Prozess, der hat so ein bisschen so ausgeschaut, wurde einfach Jahr für Jahr besser. Ich habe gelernt, intensiver zu trainieren, akkurater zu trainieren und lerne es immer noch so. Es ist ein never-ending-Process und das liebe ich am Bodybuilding. Es gibt immer Room for Improvement und deswegen werde ich sehr, sehr lange in diesem Sport bleiben. Davon bin ich überzeugt und ich liebe alles, was dazugehört. Ja, ich glaube, das war es so ziemlich. Meine letzten Worte zu dieser Episode Consistency was always my best friend. Und wenn ich etwas nie gemacht habe, ist es aufzugeben. Und ich bin ein more than average Dude, wenn nicht sogar less than average Dude. Und wenn ich das schaffen kann, dann kannst du das genauso schaffen. Die Leute unterschätzen, beziehungsweise die Leute überschätzen, was sie in einem Jahr schaffen können, aber unterschätzen, was sie in zehn Jahren schaffen können. Wenn sie einfach dabei bleiben und fucking Gas geben und sich den Arsch aufreißen. Weil ich habe nichts anderes gemacht. Ich habe mir einfach nur den Arsch aufgerissen, eine Vision gehabt und nicht von ihr losgelassen, egal was andere gesagt haben. That's it. In diesem Sinne hoffe ich, dass dieses kleine 200-Folgen-Review euch gefallen hat. Wenn dem so ist, bitte lasse 5-Sterne-Rating da. Share das Ganze in deiner Story. Und habt noch einen wundervollen Tag. Bis zum nächsten Mal. Und yes, let's go. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.